Wo sich im Moment noch eine Blumenwiese befindet, entsteht schon bald ein Ausweichquartier für das Oskar-von-Miller-Gymnasium und andere Schulen. An der Domag-Ecke Ungerer Straße soll die geplante Pavillonanlage für rund 1000 Schüler gebaut werden. Es ist nur ein Projekt des zweiten Schulbauprogramms der Landeshauptstadt München, das nun auf den Weg gebracht werden soll. Es ist ein gigantisches Programm, das da derzeit läuft, aber wir sind natürlich ein wachsender Ballungsraum, eine prosperierende Stadt und wir haben enormen Zuzug. Wir haben aber auch eigentlich selber sozusagen den Nachwuchs. Wir haben seit sieben, acht Jahren steigende Geburtenraten und darauf müssen wir uns auch, was die Bildungs- und Sportinfrastruktur anbelangt, natürlich einstellen. Knapp 2,4 Milliarden Euro investiert die Stadt in den Bau von Bildungs- und Sporteinrichtungen. Neuer Rekord. Und ein Muss, denn bis Ende 2030 sollen rund 1,8 Millionen Menschen in München leben, rund 300.000 Einwohner mehr als heute. Damit steigen auch die Schülerzahlen. Laut Prognose sind es 2030 etwa 11.700 Schülerinnen und Schüler mehr als jetzt, entspricht 468 zusätzlichen Klassen. Insgesamt umfasst das neue Schulbauprogramm 38 Projekte. Der Vorteil liegt darin, dass der Stadtrat sozusagen der Verwaltung freie Hand gibt. Ihr müsst da und da bauen, instandsetzen, erweitern und macht das jetzt bitte. Ihr kriegt den Auftrag von uns, ihr kriegt die Rahmenbedingungen von uns und geht das jetzt bitte an. Und die Verwaltung hat den Vorteil, dass sie nicht immer mit jedem Beschluss oder mit jedem Projekt einzeln wieder in den Stadtrat gehen muss. Bis 2022, 2023 sollen die neuen Schulen fertig sein. Die Standortsuche war eine Herausforderung. Darum sind ja 270 Standorte untersucht worden, Bestandsstandorte, aber auch neue Standorte. Und es wurden Möglichkeiten mit Machbarkeitsstudien und Bestandsuntersuchungen eruiert, wo Spielräume sind. Und es hat sich herausgestellt, dass an vielen Bestandsschulen wir doch noch Platz haben für Erweiterungen. Wir haben jetzt zur Beschlussfassung für den Stadtrat auch ein Sportbauprogramm entwickelt, das auf den guten Ideen des Schulbauprogramms fußt, nämlich Verwaltungsvorgänge zu straffen, Standardprogramme zu entwickeln, was die Räume bzw. eben die Flächen betrifft. Und wir hoffen so, dass wir die vier Maßnahmen mit einem Volumen von 18 Millionen gestraft jedes Jahr abliefern können, die den Außenbereich betreffen. Das 2,4 Milliarden Euro schwere zweite Schulbauprogramm muss jetzt noch vom Münchner Stadtrat abgesegnet werden. Schon am kommenden Mittwoch soll das im Rathaus geschehen.